Ich bin Jonathan, genannt Jontsch Schächter. Radiomoderator, Fernsehmoderator, Eventmoderator, Moderator für alles! Werdegang geboren, dann nachher radioverrückt wurde mit zwei, dann angefangen Radio machen bei mir zuhause im Kinderzimmer mit zwölf, dann mit 13 zu Radio Laura und so weiter und so weiter und so weiter studiert und dann 2004 Praktikum angefangen bei ENERGY und jetzt ENERGY mein Morgenmoderator. Mein Traumberuf ist Radiomoderator. Scheisse, Glück gehabt. Plan B, wenn ich nicht Radiomoderator geworden wäre, Militärfunker. Als Militärfunker kann man in ein Mikrofon reden und es gehört auch in mindestens eine Person. Das ist doch geil. Alle Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, würde ich sagen, follow your dreams, follow your way. Sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen und versuchen dort hinzukommen, wo man hin will, mit viel Talent, mit viel Willen und mit viel Disziplin. Das ist doch geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.